Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Diesmal unserem ersten Spiel online in der zweiten Folge direkt schon. Oh mein Gott, dabei sind der Sargent Rumpel und der Benni und es geht los. Und wir spielen diesmal gegen Rallgegner. Boah, das geht da direkt ab. Mittelfeldpass. Rumpel, hauen rein das Ding. Drei gegen drei. Wir spielen zu dritt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie wir unser Team nennen sollen hier bei diesem Autofußball. Boah, hart vorbeigejumpt. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen auffassen, weil jetzt werden es ja nicht mehr die ganz normalen Bot-Games sein. Vielleicht ist es aber sogar einfacher. Ja, das war knapp. Das war knapp, ey. Gerade noch so rausgefegt, die Nummer. Es kommt einfach an, die fahren jetzt nicht so schlecht. Achtung. Oh, schade. Ja, ja, ja. Der geht rein. Aber warum macht das Gefühl, als ob sie viel besser wären als wir? Nein. Torschuss. Aber leider ist er oben an der Latte. Okay, der ist in der Mitte. Rumpel. Benni, sehr schön. Sehr gut, Benni. Sehr gut, Benni. Eduardo, wir spielen gegen Spanien. Ja, da ist er rein. Ja. Jawoll. Geilo. Und wäre ich da gewesen, wäre ich den auch reingepresst auf jeden. 1-0. Das war ein super Ding, Benni. Was für ein Billiardspiel. Was für ein Billiardspiel hier. Fliegt da nochmal vorbei. Du hättest ihn rückwärts reingemacht. Was für ein geiles Tor. Okay, ich stehe nicht mit dir. Soll ich die volle Kanne drauf? Also der wäre so oder so reingegangen. Okay, Rumpel. Schön. Der ist drin. Easy. Easy. War gut, dass wir so ein paar Trading-Swedges gemacht haben. Oh ja. Alle vorbeigefahren. Wieso? Schön. 4-0. 2-0. Also da gibt es Schlimmeres. Ich stehe mit dich. Okay, mach. Ja, go, 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 go. Und ich versuche die anderen abzudrängen. Oh, die haben es geschafft. Die machen aber Team- die machen Team- die machen Team- Ja, aber probiert man auch nicht so viel. Yeah, der ist wieder drin. Der stetscht an den vorbei. Kommt. Den holst du dir. Was für eine Vorlage. Achtung. Den haue ich wieder rein. Komm, der ist vor dem Tor. Posten, meine ich. Komm, rein damit. Leute, zieht den Riss. Nein. Einmal noch. Einmal antitschen. Benni. Nein, falsch. Nein. Rumpel. Ja. 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 Ja, 3-0, Leute. Was geht ab? Wie wir da vorbeischliegen alle so. Bon. Und jetzt, was auch. Oh, ich muss mit dem Seitwärtsspringer mal experimentieren, glaube ich. Damit hätte man das schaffen können. Ich finde das so geil, dass der Ball am Ende hegiert und alle weghaut. Ja, mach ich. Oh, nein. Oh, jetzt kriegen die. Ja. Oh, der ist drüber, der ist drüber. Gott sei Dank. Aber kein schlechter Torschuss. Okay, ich bleib mal kurz hinten. Oh, das war nicht richtig. Oh, das ist echt gut, ne? Um mal so schwer anzuhalten. Okay, der ist wieder drin. Der geht in der Mitte. Komm, Rumpel, hauen rein. Okay. Das ist die Vorlage. Easy. Drüber, der Lopf. Und was für eine schöne Nummer, ey. Richtig. Das war ein perfekter Spielzug. 4-0. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir dachten, wir losen jetzt Ultra ab, aber gar nicht. Naja, ich glaube, wir spielen gegen die 5. Liga oder so. Vielleicht ist es auch U21. Ja, wir sind ja auch selber U21. Okay, ich stehe gut mit dich. Ich auch. Also wir alle. Okay, let's go. Ich bin ganz in der Mitte. Oh, nein. Jetzt haben wir das gegenseitig abgedrängt. Das war so doof. Aber die haben es nicht reingekriegt. Ja, egal. Das war trotzdem doof. Okay, der cool James bringt ihn in seine eigene Hälfte, was ein großer Fehler ist. Ja, voll, Benni. Oh, schade. Steh mal mit. Ich bleib mal hier stehen, anstatt hier die ganze Zeit den Ball mit euch hinterher zu halten. Komm, Benni, hauen rein. Nein, daneben. Der wurde abgelenkt. Aber jetzt, 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 jetzt. Ja, boah, der Rumpel, ey. Easy. Ey, wie der Rumpel abgibt gerade, ey. Wie er da noch kommt, so. Oh, boah, der war auch wieder so. Ah, den hast du da noch reingedrückt. Okay. Ja, ja, klar. Der muss, der ist richtig schön. Ich stehe nicht gut mit dich. Macht ihr das lieber? Ich schon. Ich bin gut. Ich bin voll mit dich. Komm, los geht's. Oh. Na, die sind schneller. Dadurch kicken die den weg. Ja, du brauchst einen vollen Turbo, wenn du das so willst. Okay, der ist raus. Der ist auf unserer Seite. Also, man hat immer so ein bisschen Turbo auf jeden Fall. Nix. Weggelupft. Okay, ich bleib mal. Yeah. Ja, war das da. Super. Was im Baut. Geile Scheiße. Ich hab, ey, das war mir nicht Vollgas gegeben. Sagen, einfach mal gewartet. Siehst du, cool, dass ich da stehen bleibe? Ja. Und jetzt gebe ich Gas und jump genau richtig. Ja, wir haben ja aber alle. Ja, super gemacht, super gemacht. Das war clever. Geile Scheiße, ey. 6-0, Leute. Ey, die, die, äh, die demütigen wir. Wie Brasilien damals. Nein. Knapp vorbei ist auch vorbei. Benni, du haust noch rein, komm. Oh Gott. Der ist noch heiß. Nein. Nein. Ja, ich hab noch. Ich hab noch bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sorry, Benni, das war unbeabsichtig. 7-0. War das nicht auch so bei Brasilien? 7-0? Oh, da hab ich's, wenn ich's, hab ich's nicht gesehen. Ja, guck mal. Nur von beigeachtet. Ich hab's nicht gesehen. Zum Glück noch gemacht, die Nummer. Sonst wär's echt scheiße gewesen. Auch bei dem Stand. Ich stehe in der Mitte. Ich musste den weghauen. Er hat sich erst rangekommen. Ja, du hast recht. Das geht nicht. Nein, wie knapp vorbei. Ey, das muss ich auch noch rein. Nein. Ja, Rumpel. Ja, Mann, ja, Mann. Was ist das denn für ein Feuerwerk hier? Was ist mit denen los? Spielen da überhaupt noch drei Leute mit? Guck mal, wie wir da vorbeitischen. Einer muss ja treffen, Alter. Drei, alle drei auf das Ding drauf. Ah, was für ein Feuerwerk. Benni, du stehst in der Mitte. Super, hol dir. Okay. Ich bleib mal hier hinten im Tor gerade. Falls sie den kriegen. Nein. Schön. Ah, alle drauf. Er titscht gut weitig rum. Ich hab den, Rumpel. Oh. Sauber. Schade. Ja, bringt da ein bisschen. Ja, ja, ja. Schön. Ah, ich konnte den nicht so richtig. Ich titsch ihn nochmal zurück. Der kommt nochmal ins Feld. Seitwärts, seitwärts kicken. Das ist sehr schwierig. Ja. Man hat auch oft mehr Zeit, als man denkt, ne? Weil die anderen springen auch noch vorbei. Ja. Ja, ich hab den reingehauen. Der rollt rein. Der rollt rein. Ja, der rollt rein. Ja, was für ein unglaubliches Ding, ey. Guckt euch, ich hab den seitwärts sprungen. Das ist das langsamste Tor ever. Aber guck mal, wie. Bäm. Schön. Boah. Alter, wir dicken mir hin. Wir haben eine Minute 45. Wir steht 9-0. Was ist mit uns los? Und jetzt schreibt man, wie wir unser Team nennen sollen. Schreibt man die Kommentare. Oh. Sehr immer übermütig. Es ist immer gut, wenn zwei volle Kanäle drauf gehen und der dritte hinten bleibt. Ja, das stimmt. Ja, am besten der, der an der Seite steht, ne? Den wollen wir rein in die Mitte. Der kommt in die Mitte. Der kommt in die Mitte gerollt. Ah, schade. Weiß gar nicht, ob ich meinen Speed überhaupt mehr nutzen sollte. Ich glaub, da spielt aber einer nicht mit. Ja, der Eduardo stand gerade rum. Oh Gott, das wird ein Eigentor, wenn er nichts tut. Schön, Leute. Yeah, gerettet. Oh, nochmal. Sehr gut, hau ihn raus. Wui. Ah, nee, der Hauen spielt schon noch mit. Ja, die spielen schon noch. Ja, glaub ich auch. Oh nein, ich bin vorbei. Oh. Nein, das ist es. Ja. Nee, der Hauen ist gerade ersetzt worden, weil der eine, glaub ich, inaktiv wurde, der Eduardo. Und das find ich cool, dass du dann rausgekickt wirst. Aber, ey, gute Nummer, Leute. Trotzdem, jetzt Hauen scheint schon ein bisschen was drauf zu haben, der alte Hund. Okay, ich steh, bleib hinten. Ich bleib hinten. Zehn kriegen wir. Oh, der Hauen. Ja. Ja. Der Hauen ist ein Hund. Scheiße, voll versprungen. Schön nach vorne gehauen. Ja, der Hauen ist ein guter. Nein, drunter durch bin ich gefahren. Ja, sehr schön. Oh, nein. Den hab ich, Benni. Gesaved. Na, komm schon, komm schon. Jetzt, 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 jetzt. Ähm, ich fahr auf dem Dach entlang. Nein. Alter, voll der Leck bei mir. Cool, Master, probiert's nochmal. Schade. Aber das war unser Sieg mit 9 zu 1. Yeah. Yes. Super Sieg haben wir sogar ein Dings bekommen. Oh, Backfire freigeschaltet, neues Auto. Verkehrsflagge. Nice, ey. Komm, die Hauen nicht mal ran. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben noch ein Spiel, oder? Ja, wir können gerne noch eins machen. Komm. Ich glaube, wir wollen in der Revanche. Musst du mal dein Bon-Geräusch machen, Rumpel. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das, Benni? Jetzt läuft bestimmt viel besser. Boah, was für ein geiles Stadion. Ja, wir haben unterschiedliche Stadien, unterschiedliche Wetterzustände auch und unterschiedliche Tageszeiten. Oh, ist es jetzt rutschig? Ja, und für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, habt ihr nichts verpasst. Das Spiel ist direkt einstiegbar. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie wir unser Team nennen sollen. Wie würdet ihr das denn nennen, Jungs? Hmm. Hmm. Schwer. Die Zerstörer. Die Zerstörer. Armee des Todes. Ja, nix da. Guck mal, ich habe eine kleine Flagge. Das sieht aus wie ein ferngesteuertes Auto. Das sieht total geil aus. Ja, das ist auch ein bisschen so Micro-Machines, ein bisschen Trick-Manias-Style, ne? Oh, nein, Leute, Vorsicht! Ich bleibe im Kasten, bleibe im Kasten. Jetzt, na, ja. Super. Aber wir gehen zum ersten Mal auf Orange, ne? Das verwirrt. Ach, stimmt, das verwirrt total, gerade. Ja, deswegen dachte ich gerade, warum ist der Cool James in unserem Team? Boah, okay. Au. Ja, was für eine schöne Vorlage zum Kasper. Der ist ja gar nicht von uns. Oh, der, der sieht aus. Die sind jetzt aber viel besser als gerade eben. Ja, oh. Nein. Sanj Rumpel rauscht da vorbei und es bleibt aber spannend hier, liebe Damen und Herren, in diesem unglaublichen Stadion. Ja, ich habe ihn auch nochmal erwischt. Wie viele Zuschauer sind hier wohl? Sind es 500.000 oder 600.000? Ah, das ist auch echt. Die Quotenkriege hat natürlich nachher noch berichtet. Aber jetzt hier. Oh, was für ein schlechtes Ding. Oh, nein. Nein, der Kasper, das gibt es doch nicht. Der kam einfach. Der Kasper sauf. Alter, wie ein Geist. Wie ein Geist kam der Rumpel. Das ist aber gar keine Revanche. Ne, ist es auch nicht. Oh, mein Gott, der Kasper. Okay, Leute, jetzt ist es uns anstrengend. Jetzt ist es uns anstrengend. Die anderen wollten, glaube ich, keine Revanche. Ja, die haben gesagt, ne, die sind nicht zu gut. Oder ist der Cool James von eben? Ne, ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch dran sein, dass der auch kurz damit. Ah, ich weiß es nicht. Mach mal. Oh, 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 Cool James. Kommt der... Doch, der Cool James war vorhin auch dabei, glaube ich auch. Oh, mein Gott. Kommt mir auch bekannt vor. Aber in die blaue Nummer jetzt. Go, 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 go. Ja. Nein. Scheiß hat er abgebaut. Komm, Goppel. Ja, zu hoch. Nein, warum springt der Ball so hoch? Nein, ich konnte nicht kriegen. Boah, habe ich mich gerade verdreht selber mit dem ganzen Körper. Man hat es völlig gesehen. Alter, der gibt mir einen Ausstritt. Das ist ja ein Unverschämteil. Nein. Nein. Oh, lass mal. Boah, das ist gefährlich. Biest und so. Alle dabei. Okay. Boah, jetzt Benni, hau ihn nach vorne. Jawoll. Ja, super schön. Jetzt in die Mitte. Okay, pass auf, ich warte mal ausnahmsweise. Vielleicht kommt der eine gute Gelegenheit. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Ja. Super Rumpel. Super Rumpel. Sehr schöner Ball. Sehr schön gespielt. Ich bin begeistert einfach wieder, was dieser Mann für eine unglaubliche Autoball-Konzentration hervorweist. Autoball. Oh, ich stehe in der Mitte, ich stehe in der Mitte. Ich hole mir den. Ich gebe alles, Dick, von der Wand. Nicht rumpeln. Oh, Benni, warum? Warum hätte es nicht geklappt? Das hätte geklappt. Ich habe doch gesehen, nee, ich habe doch gesehen, dass einer genau so schnell dran hat, Alter, guck mal im Video, das hätte geklappt. Ich habe auf die Typen gezielt. Oh, drüber, scheiße. Zurücksetzen. Jawoll, schön, Benni. Vielleicht hätte es auch nicht geklappt. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, der andere... Der Benni ist vor der Spielfrage. Schön, 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 schön. Komm schon. Nein, zu früh, zu früh. Du hättest ihn einfach reinlaufen lassen können. Ich will einfach gewinnen. Ja. Wir sind noch das beste Team der Welt. Komm, in der Mitte, ist in der Mitte, ist in der Mitte, hau den rein. Hau den rein. Ja, das sieht gut aus. Nein. Oh, schade. Oh, scheiße, knapp vorbei. Okay, Benni, du bist hinten fast alleine. Wir kommen. Was für ein spannendes Match heute hier. 1 zu 1, 2 Minuten nach 30. Ich weiß nicht. Huhu. Den hole ich mehr. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Sieht gut aus. Sehr gut. Ja. 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 Juhu. Es war zu alt. Da macht er das Tor. Aber echt, der eine Line-Sprint nach vorne. Boah, dann titsch der da noch an die Seite und dann rein. Alter Schwede. Das war klar. Was. Also, liebe Freunde. Wirklich. also das Feier machen weil ich versuchte ich will und wenn ich der Weg wenn ich den Weg gehen wenn sie es klappt ist abhängen ja sehr gern die anderen zwei müssen wir versuchen die an die Gegner weg zu jahre an die Anwender im werden sie ist dann hat es geklappt nämlich wenn man wunderbar an der Rumpel hier noch die anderen weg und an der Bennys rein Leute an ich bin begeistert IT-Player ist das ein Erwanderer an sich die ganz gut ich die ganz gut drück die anderen weg die Penner Boah! Alter, da waren aber alle drauf gefreisen ich hab den wieder ins Spielfeld gebracht der titscht ganz easy ah shit ich komme ich komme oh nah am Tor irgendwie die Mitte kriegen oh scheiße oh Gott manchmal sieht es so einfach aus und dann kriegt man den Ball doch nicht den hab ich weggehauen den Cool James sehr gut aber der B-J oder B-Just ah nein oh oh nein ich titsche am Tor an oh oh was für ne Nummer oh nein Vorsicht, 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 er hat gewöhnt nein oh mein Gott Kaspar kommt da wird das das 2 zu 2 ja sehr schön Rumpelino er kommt da war ich aber gerade ganz schön guter Torhüter in Hochspannung nein jetzt, jetzt kriegst du ihn Benni, da nein Alter, was für ne Glanzparade vom Kaspar also das muss jemand sagen und Kaspar oder wie auch immer heißt Cool James auch noch am langfliegen Rumpel vorbei leider aber ey, man kann auch den der Sarata knallt den nochmal in die Mitte nein oh ja, ja, ja doch, doch, doch alles gut nein ja, ja, oh mein Gott ja, Mittelfeld passt zwar, aber das hat nicht ja, den hole ich nochmal nach vorne, kommt ok, jetzt aufmerksam oh, alter Kaspar kann da rein ey, es macht so Laune dieses Spiel es ist unfassbar das ist mega geil einfach nur mega geil sorry nein komm schon, Benni komm schon, Benni nein den hole ich mir shit oh, mit dem anderen hier oh, in Konfrontation geraten oh die müssen nach hinten, Leute ja, alles klar ja, sehr schön komm ich hab den, ich hab den ich hab den, Rumpel nein du hast mich weggekickt schade ne, da war ich nicht das war der oh, noch 30 Sekunden glaub ich zumindest das heißt, wir haben fast gewonnen ja, wir haben wir haben gewonnen nochmal weggedeut oh Gott cool, James kommt da hin ok, jetzt muss ich den Seitwärtsstamper nein ich hab den Start gedrängt oh, Glück das wird der echt nochmal ganz knapp hier oh, nein Benni, du Eigentor du hast ein Eigentor geschossen mir wär vorbeigetischt ich dachte, ich hab mich denn nach vorher das gibt's auch gar nicht oh, man sieht's hier nochmal schön, der Benni oh, aber das hat mich gemacht oh, schade das war ein Eigentor jetzt seh ich das erst das war ein Eigentor, ja nein, das ist ganz falsch bitte, haut rein ich baller die weg boah boah, wenn die jetzt das schaffen, ne ne, das schaffen die nicht nein der Ball ist bei uns nein diesmal hab ich kein Eigentor ich hab jetzt auch nichts riskiert gerade ich hab ihn weggekickt wir haben's geschafft, wir haben's geschafft, Leute ja ja, man juhuuu und der zweite Sieg juhuuu juhuuu oh, ich hab ein Hotshot ein neues Auto, das probier ich mal an alter, geil geile Nummer super, ja cool super souverän, ja und diesmal der Benni hier auch wieder eine Glanzleistung aber ich glaub, wir haben auch gut im Team gespielt war super und wir werden langsam besser, man hat's gesehen ja, natürlich auch macht einfach super Laune und ich hoffe, euch gefällt's auch wieviele Folgen wollt ihr noch sehen schreibt in die Kommentare wenn ihr mehr von diesem Spiel wollt Rocket League heißt das Ganze zu 20 Euro bei Steam wir verabschieden uns und vielen Dank, wenn ihr dieses Projekt natürlich unterstützt bis dahin, tschüss tschüss